Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei deinem Podcast Sei einzig nicht artig mit mir, Silke Alpert, deiner Holistic Business Mentorin und natürlich für dich. So schön, dass du wieder da bist. Und heute habe ich ein spezielles Thema, nämlich aus meinem eigenen Leben für dich vorbereitet, wie Entmüllen wirklich leicht fällt. Und ich habe drei Tipps für dich mit, wie du dein Außen veränderst, um in deinem Inneren mehr Klarheit zu bekommen. Also ich freue mich auf dich und let's rock it together. Wie Entmüllen wirklich leicht fällt. Und wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst oder auch hier auf YouTube meine Videos dir anschaust, dann wirst du festgestellt haben, dass ich ja dieses Jahr im Februar erst in Sri Lanka war. Kurz danach gleich auf Mallorca und jetzt sogar im April auch schon wieder auf Mallorca bin. Und als ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte aus diesem Haus alles rausschmeißen, was uns keinen Spaß und keine Freude mehr macht. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du in deiner Wohnung immer so Schränke, Schubladen hast, Deko. Ja, wir Frauen haben ganze Kisten voller Dekorationsartikel. Heute hatte ich gerade erst ein nettes Gespräch mit jemandem. Da haben wir uns über unsere Kinder unterhalten und sie hat auch eine pubertierende Tochter. Sie sagt, auf einem Quadratmeter unserer Wohnung befindet sich eine komplette Drogerieabteilung. Ja, also vielleicht kennst du das, dass du dir schon mal Dinge gekauft hast und dann in den Schrank gestellt hast. Und vielleicht hast du es irgendwann mal benutzt und vielleicht hast du es aber auch irgendwann nie wieder gesehen. Und ich hatte dieses arge Bedürfnis, gerade auch als ich aus Sri Lanka gekommen bin und mich mental und körperlich ja auch gerade ganz neu ausgerichtet hatte, Dinge im Außen loszulassen. Und ich habe mit meinem Kleiderschrank angefangen. Wir Frauen haben unfassbar viele Dinge im Kleiderschrank. Und ich habe angefangen, diesen Kleiderschrank zu entmüllen. Und vielleicht nimmst du dir auch ein einziges Projekt vor. Und was danach gefolgt ist, erzähle ich dir auch gleich. Doch ich habe mir eine Schrankseite vorgenommen und habe sie ausgeräumt und habe mich bei jedem einzelnen Teil gefragt. Ja, und jetzt kommen meine drei Tipps. Achtung, hatte ich das das letzte Jahr an? Habe ich dieses Kleidungsstück seit einem Jahr getragen? Und dazu muss ich zu meinen, ich hatte viele von diesen Dingen an. Ich hatte viele von diesen Kleidungsstücken an. Und dann habe ich mir die zweite Frage gestellt. Wofür dient es mir noch? Habe ich wirklich noch eine innige Freude, das anzuziehen? Oder ziehe ich es gerade an, weil ich vielleicht keine andere weiße Bluse im Schrank habe? Ja, und dann taugt halt die noch. Und dann habe ich mir die dritte Frage gestellt. Wie schön wäre es, wenn es jetzt jemanden anders eine Freude machen würde? Und ich habe gestrahlt, innerlich gelächelt, als ich diese Sachen alle in Tüten gesteckt habe. Weil ich wusste, ja, das ist ja das Beste noch nicht von. Allerdings die zweite Frage kam kein Juhu. Okay? Und vielleicht habe ich es letztes Jahr benutzt. Alles, was ich nicht anhatte, habe ich kategorisch sowieso gleich ganz in die Tüte gepackt. Und bei der nächsten Sache, ja, wenn ich es letztes Jahr anhatte, dient es mir wirklich noch? Ja? Es bringt es mir einen Vorteil. Trage ich es wirklich voller Freude und Lust? Und ihr glaubt gar nicht, wie viel ich loslassen konnte. Und ich lade dich ein. Fang mit einer Schublade an. Fang mit einer Schrankseite an. Und es ist so befreiend. Aus dieser einen Schrankseite sind bei mir sechs blaue Säcke. Ja? Sechs blaue Müllsäcke geworden. Und ich wusste auch schon, wem ich diese Säcke zur Verfügung stelle. Ja? Es hat mich schon da gefreut, dass ich das jemandem anders damit eine Freude machen kann. Und dann habe ich weitergemacht. Ja? Ich habe ja nicht nur eine Schrankseite. Ich habe einen dreiteiligen Schrank. In der Regel haben die Männer immer ein Drittel und wir Frauen haben zwei Drittel. Das heißt, ich hatte ja noch eine weitere Schrankseite. Und das hat ein paar Tage später dann genauso funktioniert. Ja? Ein paar Tage später habe ich das dort genauso gemacht. Also auch diese neue Schrankseite wurde von mir mit diesen drei Fragen ausgeräumt. Dann haben wir Frauen auch sowas wie Unterwäscheschubladen oder Sockenschubladen. Genau dasselbe Prinzip. Ja? Ich habe dann weitergemacht, unser ganzes Schlafzimmer zu entmüllen. Man hat da ja auch noch vielleicht Schränke. Wir haben einen Schrank. Da liegen Tischwäschen, Dekos drin und sogar Handtücher. Als nächsten Raum habe ich mir dann unser Badezimmer vorgenommen. Vielleicht kennst du das auch. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, also Haarspülungen brauchen wir nicht mehr kaufen. Wir hatten in der Tat, habe ich in meinem Badezimmer sechs Pakete von nicht Shampoo, sondern Spülung. Ja? Ich weiß nicht, warum man sechs Spülungen braucht. Wahrscheinlich, weil man jedes Mal welche gekauft hat und gar nicht wusste, ich habe noch welche im Schrank stehen. Und was passiert jetzt in deiner Innenwelt, wenn du so viele Dinge in deinem Schrank, in deiner Schublade, in deinem Badezimmer hast? Und ich weiß, wir sind noch nicht am Ende. Interessanterweise habe ich dann festgestellt, dass jetzt gerade am letzten Wochenende, wo ich mir das Badezimmer vorgenommen habe, mein Sohn auf die Idee kam und seinen ganzen Schleiderschrank entmüllt hat. Bei Kindern ist das jetzt relativ einfach, denn die wachsen irgendwann aus bestimmten Dingen raus. Und er kam öfter mal mit einem Pulli an, wo er gesagt hat, Mama, es geht doch noch. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht mehr. Und er hat angefangen, meine Tochter hat dasselbe mit ihrem Kleiderschrank gemacht und mein Mann war oben auf dem Dachboden. Dachboden und Keller sind echt brutale Räume in deinem Haus, in deiner Wohnung. Und vielleicht kennst du solche Kellerräume oder vielleicht hast du auch einen Dachboden. Und jetzt vergleichen wir doch mal den Dachboden und den Keller mit deinem Kopf und deinem Bauch. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie viele Dinge wir auf den Dachboden stellen, mit wie vielen Dingen du dich in deinem Kopf zumüllst, dann ist das echt Freiheit, die du zurückgewinnst, wenn du das ein für alle Mal mal loslässt. Und wir haben beschlossen, dass man Steuerunterlagen von 2004 nach 20 Jahren wirklich mal wegschmeißen kann. Und wir haben aktenweise unseren Dachboden entmüllt. Weil was passiert, du heftest das alles total nett ab und es ist auch alles gut so. Und das muss ja auch so sein, das soll ja auch so sein. Und dennoch stellst du es in einen Schrank, du packst es in die Schublade, machst es zu und es ist dann da. Vielleicht ist auch für dich dieser Satz jetzt wirklich mal hilfreich, Besitz belastet. Wie viel Besitz hast du angehäuft, einmal in deiner Wohnung, in deinem Haus und auch in deinem Leben, in deiner Innenwelt, was dich noch total belastet. Und in dem Moment, wo du das Außen entmüllst, entmüllst du auch immer das Innen. Du wirst also merken, dass deine Innenwelt auch leichter wird. Und das Badezimmer war wirklich hardcore. Das Schlafzimmer ist jetzt entmüllt, das Badezimmer ist entmüllt. Das nächste wird sein, unseren Vorratsraum. Mit so Konserven. Ich weiß nicht, wie viele Geschenktüten wir mittlerweile in diesem Vorratsraum haben. Doch ich habe beschlossen, dass es Dinge in meinem Leben geben wird, die werde ich nicht mehr aufheben. Sondern ich werde sie dann gleich liebevoll weitergeben. Zum Beispiel, wir haben hier bei uns am Ort so ein soziales Kaufhaus, wo man Dinge hinbringen kann, die dort für ganz schmales Geld verkauft werden. Die holen sogar Mobiliar bei dir zu Hause ab und bauen es dort auf, damit sich dort jemand vielleicht Schlafzimmerschrank sehr günstig kaufen kann. Und solche Einrichtungen oder Second-Hand-Läden oder so, wird es bei dir auch geben. Es gibt ja auch mittlerweile Apps, wo man solche Dinge dann verkaufen kann. Die werden wir jetzt bei den Kindern und bei ihren Spielsachen zum Beispiel nutzen. Denn meine Tochter hat mich angeguckt, die ist jetzt 13 geworden und vielleicht kennst du so Playmobil-Schlösser und Häuser und Schleich und Lego und wie sie alle heißen. Und irgendwann haben die in solchen Kinderzimmern ja keinen Platz mehr. Nicht mehr wirklich eine Verwendung. Und es gibt bestimmte Sachen, die werden wir aufheben und da werden wir ganz viel Spaß haben mit unseren Enkelkindern. Das weiß ich jetzt schon. Doch es wird auch ganz viele Dinge geben, die dort in diesem Kinderzimmer keinen Platz mehr haben und die wir auch nicht für unsere Enkelkinder aufheben werden, weil ansonsten müllen wir unseren Dachboden auch wieder zu. Und der Keller ist nichts anderes, jetzt in diesem Vergleich, wie dein Bauch. Wie viele Dinge hast du also in deinem Keller stehen, wie viele Dinge trägst du in deiner Innenwelt mit dir herum, in diesem schönen Raum, die da eigentlich gar nicht sein sollten, die dort nicht wirklich Platz haben. Und fühl und spür doch jetzt in diesem Moment dort einfach hinein und nimm mal wahr, wie alleine der Gedanke oder was alleine der Gedanke schon auslöst in dir, wenn du darüber nachdenkst, wie viel Platz könnte ich haben, wie viel Freude könnte ich wieder haben. Und du darfst dir ja dann auch neue Dinge wieder dazu kaufen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel, als wir die Weihnachtsdeko abgebaut haben, es existiert in unserem Haus ganz wenig Weihnachtsdeko, weil ich weiß, dass bestimmte Dinge, die ich jetzt seit Jahren schon benutzt habe und immer wieder hinstelle, die haben ausgedient. Die dürfen jetzt jemanden anders in einem anderen Haus, in einer anderen Wohnung eine totale Freude machen. Doch bei mir ist jetzt Platz für was Neues. Und vielleicht bist du ja auch so, dass du Deko gar nicht aufhebst, sondern dir immer wieder was Neues kaufst. Vielleicht auch so. Doch manche Lieblingsstücke hat man und die möchte man dann auch vielleicht gerne ein paar Jahre benutzen. Und dann dürfen sie gehen, weil du dich auch immer weiter entwickelst. Deswegen ist es so wichtig, den Kleiderschrank zu entmüllen. Und nein, wir brauchen, also gerade wir Frauen, wir brauchen keine BHs aufheben, weil wir denken, unsere Bubis passen da irgendwann wieder rein. Ja, oder aus umgekehrter Reihenfolge. Ja, ich möchte das als Statement haben, so groß sollen meine Bubis nie mehr werden. Ja, also Männer machen das in der Regel nicht. Die heben nicht unbedingt ihre Unterhosen auf, weil die denken, mein Popo passt da vielleicht mal wieder rein. Und vielleicht hast du das auch noch nie gemacht, aber ich habe gestern und vorgestern ganz viele BHs zum Beispiel von mir einfach mal ganz liebevoll entsorgt. Denn auch das ist etwas, und dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht, es gibt ja Schlüpfer, es gibt Slip, es gibt ganz viele unterschiedliche Formen. Einige sind bequem, einige sind unbequem und du wirst da mit Sicherheit deine Vorlieben haben. Ja, und es gibt so ganz bequeme, aber vielleicht nicht optisch so hübsche Dinge. Ihr wisst, was ich meine. Also alle Frauen dieser Welt wissen, wovon ich jetzt gerade rede. Und dennoch darfst du es dir immer schön machen. Und ich sage immer, ja, so ein Schlüpper, der darf auch Bestand haben in so einem Haushalt, doch nicht in der Masse. Die Masse sollte dich immer schön machen. An der Masse darfst du Spaß haben. Du darfst Spaß haben, wirklich diese Vielfalt dieser Kleidung für dich anzunehmen. Und da brauchst du nicht viel und es muss auch nicht teuer sein. Ich rede jetzt hier nicht von Luxusmarken. Das kannst du auch machen, wenn du möchtest. Doch es ist überhaupt nicht notwendig. Wichtig ist, dass du mit allem, was du anhast, und es beginnt nun mal bei unserer Unterwäsche, dass du dich dort schon wie eine Königin, wie eine Prinzessin fühlst. Und nicht denkst, oh, Oma Schlüpper, trage ich noch auf. Ganz übertrieben gesagt. Und ich glaube, du weißt jetzt, was ich meine. All das, was dir nicht mehr dienlich ist, um deine Einzigartigkeit nach vorne zu tragen, sollte dein Haus, dein Schrank, deine Schublade jetzt verlassen. Denn das schafft unfassbar viel Klarheit für dich auch. Wie willst du es haben? Wie darf es sein? Was darf mir noch mehr dienen? Das kann nicht beantwortet werden. Und das kannst du auch nicht wirklich fühlen, wenn du so zugemüllt bist mit allem. Dann hast du nämlich nicht diesen Raum, diesen Raum dieser Möglichkeiten, wo alles möglich ist, wo alles unbegrenzt da ist, wo du Platz hast. Und mit dieser Folge wollte ich dich heute inspirieren, auch deine Außenwelt wirklich zu entrümpeln, damit du Klarheit in deiner Innenwelt findest. Und nutze dafür diese drei Fragen. Hast du es letztes Jahr benutzt oder auch getragen? Hattest du in dem letzten Jahr damit totale Freude? Hat es dich berührt oder hast du Spaß damit gehabt? Oder hast du es gerade in der Hand und eigentlich gar nicht mehr gewusst, dass du es überhaupt noch hast? Dann die zweite Frage. Wofür ist es dir denn dienlich? Wofür ist es dir dienlich? Hebt es gerade deine Einzigartigkeit hervor? Dient es dir noch? Kannst du es jetzt, jetzt wo es dir vielleicht gerade wieder in die Hände gefallen ist, wieder toll integrieren in deinen Alltag? Oder würdest du es jetzt wieder nur in den Schrank, in die Schublade stellen, ins Regal stellen, um es vielleicht irgendwann einmal zu benutzen? Lebe nicht in dieser Illusion des Irgendwanns. Irgendwann ist nicht existent. Existent ist immer nur das Hier und Jetzt. Ganz wichtig. Und überlege dir, wenn du es jetzt loslässt, wenn du es jetzt weggibst, wie schön wäre es, wenn es jemanden anders jetzt eine Freude macht, der da so einen Spaß hat, es in sein Regal zu stellen, es zu benutzen in der Küche, im Bad, beim Sport. Oder auch es jetzt an seinem Körper zu tragen. Stell dir das vor, wie viel Freude du jemanden anders damit machen könntest. Und sei dann nicht so egoistisch und horte es weiter in deiner Schublade, in deinem Regal, sondern lass es los. Es macht jemanden anders viel mehr Freude. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, jetzt mit diesen drei Fragen einmal durch deine Wohnung zu gehen, durch dein Zimmer zu gehen, durch dein Büro zu gehen, durch dein Haus zu gehen, um all das im Außen loszulassen, was du nicht mehr benutzt, was dir nicht mehr dienlich ist, womit du anderen eine wahnsinnige Freude machen kannst. Und ich freue mich, wenn du mir schreibst, was diese Folge mit dir gemacht hat. Ich freue mich auch, wenn du mir schreibst, über was ich die nächste Folge für dich drehen darf, wo ich dich wieder inspirieren darf. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung hier lässt, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, in der ich auch regelmäßig live bin. Ich freue mich, wenn du mir auf YouTube folgst, dort immer mit den Folgen mit meinem Mann zusammen und auch diese Podcast-Folgen nehme ich dir häufig als Video dort auf. Und ich freue mich, ganz viel noch von dir zu erfahren, dich kennen zu lernen und lade dich ein, in mein Tuniversum zu kommen. Denn hier ist alles möglich. Alles, was du dir denken kannst. In diesem Sinne freue ich mich auf dich im Podcast wieder nächste Woche Dienstag. Ich sende dir ganz, ganz warme Herzensgrüße. Fühl dich ganz, ganz lieb umarmt und bis ganz bald, deine Silke.